Hallo und herzlich willkommen! Entschuldigung, ich esse gerade. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tom Clances Ghost Reak & Wildlands. Wir haben dabei Don Hoxnell, Peo und meine Wenigkeit. Richtig, die Starpüppi. Ja, ich weiß gar nicht, was wir machen müssen. Ja, ich guck mal auf die Karte. Komm, wir gehen mal auf die Karte. Ja, wir gehen mal auf die Karte. Wir sind jetzt da. Wir sind jetzt da oben, ne? Fertigkeitpunkte zu holen, ne? Ja! Was? Fertigkeitspunkte? Hier vielleicht. Ah, da unten drunter meinst du, an dem Ort, der Fragezeichen ist. Genau, genau da. Ah ja, hab ich markiert. Ja, okay, dann lass uns mal da hin. Aber eigentlich würde ich ganz gern lieber mal nach rechts an die Fragezeichen, die sind näher dran. An die beiden hier? Ja. Ja, pass auf, dann nehm ich meinen wieder weg. So. Ähm, dann markierst du das da und ich markier das auch. Dann nehmen wir erst mal den. Dann Fragezeichen, okay? Hm? Okay, komm, dann... Du fährst wieder? Ich fahr? Natürlich, du fährst. Aber er ist gerade. Na gut, okay, ich fahr. Ja, dann mal los. Okay. Äh, aufmunitionieren? Nein, hast du immer. Brauchen wir nicht. Oh je, Püpi fährt wieder. Oh ne, ich bin falsch eingestiegen. Ich bin hinten eingestiegen. Los geht's. Wohin denn? Ja, zum Fragezeichen. Zu welchem? Von den drei? Zu dem ersten, ne? Also am besten, was hast du denn du markiert? Warte mal, ich rufe nochmal für Karte. Ah, du hast das markiert, okay. Okay. Genau. Einige von euch verhalten sich auch noch echt Paranoiden. Also, könntest nicht schade, den Fros etwas vom Gas zu nehmen? Wisst ihr, was ich mache, um einen Verbrauch von La Medicina zu motorieren? Ah! Wow! Was ist denn? Da war ne Kiste oder sowas. Hä? Ja, ja. Warte, ich guck. Wo war die denn? Warte nicht, hier ist ne Kiste, hier drin. Ja, jetzt muss ne Kiste sein. Da sind mehrere Kisten. Ah, hier. Nachschub. Nummer eins. Und da ist noch einer, ne? Da muss noch irgendwo eine sein. Ja, warte mal. Hier ist noch ne Kiste. Ja, da renne ich gerade dran vorbei, warte. Hau ab! Geh weg! Hier ist noch einer. Okay. Ah! Hab grad voller Metall auf der Gabel. Bin da voll abgerutscht. Hab mir grad voll den Zahn... Ah, das tut weh. Aua, aua, aua. Okay. Okay. Ich bin mal gespannt. Ich glaub, ich kenn das irgendwo, ja? Oha! Stopp! Stopp! Ah, da ist schon der Ort. Das konnte nicht weiter von der Wahrheit. Oh, Unidad! Einfach dran vorbei, nicht schießen. Ja, ich mach nix. Die drehen! Egal, hau erstmal ab! So, diesen Weg. Mal wissen, wo's hier hochgeht. Hm. Steine! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin... El General Fano. Anführer des... So. Werden zwar gejagt, aber die kommen nicht. Pass auf. Ja, fahren doch n Stück. Die sind aber noch da, ne? Ja, ist aber nirg... Ah! Ah, da. Oh, oh, oh! So. Hä, John! Was machst du denn da? Steck hinten ein. Aber wie sollen wir denn da rankommen? Ah, lass die mal! Dann können wir doch hier in Ruhe gucken, ne? Ja, lass die mal, lass die mal, lass die mal. So, jetzt. Gib mal ne Hocke. Versteck dich mal. Ja, mach ich. Mach mal dein Dröhnchen. Mein Dröhnchen? Ja, dein Dröhnchen. Lass nochmal, Y. Du hast doch ein Dröhnchen. Mal guck doch mal, was es da zu holen gibt. Ich hab keine Ahnung. Weil irgendwas muss ja hier sein, ne? Aber, guck mal, das Fragezeichen ist aber weg, ne? Was? Das Fragezeichen ist weg. Komischerweise. Nachschubkisten sind hier. Echt? Ja. Sollen wir mal gucken gehen? Hier wär sogar ein Einsatzkonvoi. Okay, dem könnten wir... Ja, aber nicht mit dem Auto. Aber nicht mit dem Auto. Aber nicht mit dem Auto. So 3500... Der bleibt stehen! Der bleibt stehen! Ja, der bleibt stehen! Los, los! Warte, geh du hin! Ich fahr' dem Auto gleich hinterher. Los! Fahr hin! Der fährt weiter! Ja, ist nicht schlimm. Ich hol dich gleich ab. Dies auf die! Schieß, 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 schieß! Okay, steig ein, steig ein, steig ein, steig ein! Verfick der Scheiße! Steig ein! Verlust! Oh! Geht das? Weiter, weiter, weiter! Ja, ja! Da, der hier! Jawoll! Ich treff's so nicht! Oh, fuck! Volga! Ich treff's so nicht! Ja, ich treff's so nicht! Einer ist down! ja ich ist weiter auf die weiter nur auf die fahrer schießen überholen ja ich muss auch auf den fahrer schießen ich darf nicht kaputt machen überholen erst mal weiter 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 Nein, steig aus, steig aus, steig aus, steig aus, wir machen das neue, nein, 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 ich lief, ich liege, ich liege, nein, scheiße, scheiße, das war nicht gut, oh man, oh man, oh man, ja kacke, weil das Auto ist uns in die Luft, wir haben uns in die Luft geflogen, ich konnte nicht mehr fahren, das war das Problem, das Auto ist einfach stehen geblieben, ja, war auch nicht ganz das schnellste Auto, nee, aber geil, Minibus, wir hätten es fast geschafft, wenn es scheiß Unidat nicht gewesen wäre, ja, scheiß Unidat, so, wo sind wir denn jetzt, wir gehen erstmal wieder zurück, wo wir waren, ich warte jetzt erstmal auf Püppi, dass die kommt, Ich komme schon wieder, das gibt es doch gar nicht, Scheiße, was ist das weg, schade, So, Halt mal da unten, Oh, Ich liege, Oh, Oh, Ja, was ist das denn? Ich bin doch beschossen worden Das gibt es doch nicht Ja, sicher gibt es das Unfassbar Unfassbar Gesundheit Ah, danke schön, danke schön, danke schön Ah, das musste mal sein Ah, Aber Reichtum wäre dir lieber, ne? Ja, klar Hm? Immer Hm Mann Im Übrigen könnt ihr das ganze abkacken hier in dem Spiel auch live auf Twitch sehen bei mir Ja, genau Ich streame Wildlands immer nebenbei Meine Videos bleiben auch 30 Tage Der kommt, der kommt, der kommt wieder Pippi, bist du da? Na ah Scheiße Ich brauche ein Auto Ja, sie sind dann ja grad dunkel geworden Und fahren dann weiter bis zur Küste von Florida Alter Verwalter, das sind ein paar tausend Meilen Ganz genau Der Mann, der das Programm leitet, nennt sich El Cerebro Wir wissen so gut wie nicht zu überprüfen Er soll eine Archevie sein, ein waschechter verrückter Wissenschaftler Aber wir haben kein Auto Warte Da kommt eins Wir müssen mir über die Vorgänge in Kalmanes wissen Besorgen Sie mir alle Infos über die U-Boote, El Cerebro und seine Forschung Go Ich fahr, du schießt Ja Komm, beeil dich Go Wo ist der Konvoi? Hinter uns Klingt gut Wir hängen uns rein Hä? Oh Achtung Wo ist jetzt? Fahr Boah ist das langsam das Auto Ja ist doch egal Da vorne fährt der Fährt der Erste, den schleichen wir uns ran und machen den weg Aber da ist der ja gar nicht Eh, warte mal, wo ist der denn? Jetzt haben wir den verloren, der ist weg Der ist weg der Konvoi In dem Moment Scheiße Oh Don, wir sind noch in einem ganz anderen Gebiet, in einem neuen, das ist nicht gut Dann dreh wieder um Ich komm wieder rein, dreh um Ja Ja Ja, ich muss hier weiter fahren Warum? Weil wir auf direktem Weg dann dahin kommen Also Das war ein Auto von denen Ja, ist doch nicht schlimm Na doch, dann haben wir die schon mal vom Arsch Nein, es hat nicht gehört nicht zum Konvoi Sicher? Ne, kipp Ich will wieder dahin, wo wir am Anfang waren, weil ähm Da waren nämlich lauter Nachflugkisten und ähm, die brauchen wir auf jeden Fall Ja Die ist geil Bist du sicher? Ja Ja, ich bin sicher, dass wir hier lang müssen Hä? Hey, ich fand's ziemlich cool, Falter Muss am Zielwasser liegen Da ist ein Ausrufungszeichen, warte mal Oh, warte Muss auf die Karte gucken Ja, ich seh das schon An der Tankstelle, ne? Aber, ne, das ist noch nicht unsere, das ist noch nicht, das ist noch die andere Map Ne, ne, die machen wir noch nicht Ne, ne, die machen wir noch nicht Die machen wir noch nicht, dann Na gut Na gut Das sagen hat Nidia Flores, Ex-Schönheitskönigin und Distro und Smugglerin Ihre rechte Hand ist ein Typ namens El Bokita Weil wir müssen erstmal wieder in den Ort zurück, wo wir waren, weißt du? Sie hat das Hirn, er die Muskeln Hilfe Warte, 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 warte Warte, warte, warte Warte, warte Das war, äh, ja Das war harrisch, harr Harr Das war harrisch Warte, 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 warte Warte, 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 warte Wer hat nicht einfacher, von hier oben zu schneipern? Was? Weil da unten, na da unten ist doch Dings, 300 Nobat Meter da Ja, aber das ist Quatsch Haben wir doch, haben wir doch markiert Ja, das ist das, was ich markiert habe Ja Wir waren da hinten, wo du markiert hattest War hier an die Tankstelle, da will ich hin Und? An die Tankstelle? Da will ich hin. An die Tankstelle. Da waren nämlich Nachschubkästen. Echt? Boah, ey, ich fahr heute richtig gut, oder? Mir ist noch nicht schlecht geworden, ne? Was? Mir ist noch nicht schlecht geworden. Ja, ne, oder? Nicht schlecht. Ach, da, wo du markierst, das A, ne? Ja. Da willst du hin? Ich muss das auch mal markieren, damit das für mich auch mal sichtbar ist. Okay. Achtung, jetzt komm ich. Das befür... Oh! 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 Das ist aber falsch, ne? Nein, das ist das Richtige. Hier müssen wir hin. Pass auf! Ach, hier waren wir ja gerade. Da ist jetzt noch einer drin. Mach den Weg. Der ist tot. Der ist weg. Oh! Oh, versteck dich! Der ist auch weg. Alles gut. Ich hab die Kiste gefunden. Jaja, hier sind mehrere Kisten, deswegen. Ich glaub mit E genau. So, das war's. Waren nur zwei Nachschubkisten? Ja, ich glaub schon. Ja, hier ist sonst nix mehr. Ne? Ne, ich geh nochmal drüben bei dem Typen rein, den ich nicht weggemacht hab. Ja, mach das. Was? Was? Komm mit! Achtung, komm mit! Lauf, lauf, lauf! Bleib doch locker! Nein, hinter mir werde ich gemakert, ey! Von wem? Naja, von irgendeinem Spacko, der eine Waffe in der Hand hat. So. Der macht nix mehr. Der hat sich hingelegt zum Schlafen. Der schläft jetzt im Schönheitsschlaf, meinste? Der will nicht mehr. Der macht einen auf Schneewittchen. Der mag das nix. Wo machst du denn das schon wieder? Packen. Hm. Tja. Ja, das war's, oder? Ja, eigentlich schon. Da müssen wir jetzt zum Kingslayer hin, weil da gibt's eine Datei. Gut, dann lass uns mal ein neues Auto steigen. Dann, genau. Lass uns mal da so'n... Genau, den wollte ich auch vorschlagen. Ja, ist geil. Ich kenn dich doch. Okay, ich fahre. Los, steigt ein, steigt ein. Da kommt die Unidad. Warte. Das sind doch Rebellen, ne? Ja. Ne, das sind keine Rebellen. Warum schießen die nicht auf uns? Versteh ich irgendwie nicht. Weil wir so'n Dings-Auto haben von denen. Ja. Wir haben, äh, ein, ein, ein Dings, äh, ein... Schönes Ding, ey. Wir haben einen, äh, Gegner-Auto, deswegen... V8. Wie schlägt das Teil? V8? Da ist ein V8? Echt? Ja. Da ist noch... Dokumentos! 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 Ja. Ok, bleib mal hier stehen. Ja. Mach' ich auch. Ich brauch' ein bisschen Salat zum kräftigen. Sekunde. Das Auto nehmen wir mal wieder mit, ne? Mhm. Ich duck' mir mal. Warte, ich lass' mal ne Drohne fliegen. Ja, lass' mal eben. Ich schick' ne Drohne. Ein Dröhnchen-Pupöchen. Dröhnchen? Ein Dröhnchen-Pupöchen. Aber ich glaub' ich kann den aber holen eben, oder? Ist doch keiner, oder? Ich rutsch' mal hier rein. Äh, ich glaube... Das ist leer, ne? Ich rutsch' mal da rein. Ich rutsch' mal hier nach links. Ja. Da einen seh' ich. Aber... Bis der mich sieht, bin ich schon wieder weg. Ich glaub' hier ist einer drin, glaub' ich. Da hinten ist noch ne Kiste. Ich guck' mal eben. Nee, hier ist keiner. Ich kann mir das holen, ne? Ja, ist keiner. Ja, ich geh' mal hier in ne Bude, ne? Guck' mal, hier ist ne Muni-Kiste. Dokumentos hab' ich. Hier ist noch ne Nachschub-Kiste. Oh ja, guck dir mal hier die Badewanne anbelorden. Wir setzen nur ne Markierung, damit Ihre Wellen den Nachschub finden. Wo bist du denn? Ja, hier im Bad. Ja, warte mal. Oi, 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 oi. Ja, ich will dich nicht stören. Ja, ja. Hier ist noch ne Kiste. Ah, sehr gut. Boah, geile Hütte, ne? Ui, hier kannst du Muni nehmen. Ja, hab' ich schon gesagt, Muni-Kiste. Okay. Hast du die Kisten, äh, gemacht? Ah, du, die Dusche ist auch geil. Hier ist noch ein Typ. Aber wir hauen jetzt ab zum Auto, dann machen wir Folgen, Päuschen. Ah ja, ist schon wieder so weit. Ja. Ja. Hat keiner gemerkt... Aber ist ne geile Anlage. Hat keiner gemerkt, dass wir da waren? Nee. Okay. Dann los zum Auto. Ah, war ne geile Anlage hier. Da ist nix mehr drin, ne? Nee. Komm, lass uns abhauen, bevor... Bevor hat einer gemerkt hat. Rein ins Auto. So, das war wieder zum Einstimmen eine kleine Runde Ghost Weekend Wildlands. Wildlands. Und ich sage, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Macht's gut. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.